Herzlich willkommen zum Vortrag Irweg Atomkraft, gefährliche Scheindebatten. Ein Vortrag anlässlich zweier Gründe. Einerseits dem Klimastreik nächste Woche Freitag am 23.09., wo es zumindest in München einen Anti-Atomblock geben wird. Ich denke auch in anderen Städten. In Berlin habe ich gehört, werden Leute sich zusammenfinden, vielleicht auch in anderen Städten, weil es nämlich ein aktuelles Thema ist, die Atomkraft, und es sich auch aktuell wieder leider notwendig ist, gegen Atomkraft zu demonstrieren. Und der zweite Grund ist dieser sogenannte Stresstest, der letzte Woche Montag veröffentlicht wurde und wo es relativ viel Missverständnisse und falsche tendenziöse Interpretationen in der Presse zu lesen gibt. Und da ist auch das Ziel heute, etwas aufzuklären und Klarheit reinzubringen. Ich selbst bin Julian Bote, Campaigner bei Ausgestrahlt. Wir sind eine bundesweite Anti-Atom-Organisation seit 2008 tätig. Das war damals nach dem ersten Atomausstieg 2000. War es schon absehbar, dass mit der Bundestagswahl 2009 dieser erste Atomausstiegsbeschluss wieder gekippt werden sollte? Anlässlich dessen haben wir uns gegründet. Und ich würde sagen, wir waren auch mit ein Teil der Proteste, die dann dazu geführt haben, dass 2011 nach der Katastrophe von Fukushima der Ausstieg aus dem Ausstieg vollzogen wurde, dass also dieser Ausstiegsbeschluss 2020 gefasst wurde, 2022, sodass am Ende dieses Jahres die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen, laut geltender Gesetzeslage. Wir arbeiten mit Initiativen vor Ort, anderen Umweltorganisationen und stellen Argumente, Aktionsideen und Materialien zur Verfügung. Mehr Informationen dazu gibt es auf ausgestrahlt.de. Ja, diese aktuelle Pro-Atom-Kampagne hat erheblich Fahrt aufgenommen, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und seitdem plötzlich die Energiekrise zu Bewusstsein gekommen ist. Gaskrise, Stopp von den Lieferungen aus Gas, plötzlich ist klar geworden, Gas ist keine Brückentechnologie, wie es viele Leute schon lange gesagt haben. Abhängigkeit von Russland ist vorhanden. Abhängigkeit von Russland ist übrigens auch in Atomkraft vorhanden. Aber in dieser Situation gab und gibt es eine Kampagne von FDP, von Merz, von Söder, um eben Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, das sich leider auch in der Stimmung in der Bevölkerung niederschlägt. 41 Prozent der Deutschen wollen Neubau von Atomkraftwerken, war plötzlich die Äußerung. Und aktuell hat es dann diese zur Folge gehabt, dass es einen sogenannten Stresstest gab. Welchen Beitrag könnten denn Atomkraftwerke überhaupt leisten zur Energiesicherung in Deutschland? Ergebnis, letzte Woche Montag, zwei AKW sollen als Reserve erhalten bleiben. Auch nach dem 31.12. während das AKW Emsland wie geplant abgeschaltet wird, sollen das die südlichen AKW sein, also Isar und Neckar-Westheim. Entgegen dem, was Habeck sich wohl wahrscheinlich erhofft hat, hat es nicht zu einem Abflauen der Debatte und der Kampagne geführt. FDP fordert Atomkraft mindestens bis 2024. Wir müssen jetzt alle Kapazitäten sichern, sagt Christian Lindner. Kohlekraftwerke, Kernenergie, heimische Vorkommen an Öl und Gas. CDU und CSU spricht von einer absurden Entscheidung. Und mein Ziel für heute ist es, wie gesagt, darzustellen, warum der Weiterbetrieb in der aktuellen Krise irrelevant ist. Atomkraft ist überflüssig, auch aktuell. Zweitens aber, Atomkraft ist gefährlich. Sie darf keinen Tag länger betrieben werden. Und da ist es auch relativ egal, was der Stresstest oder andere Szenarien zeigen. Krisen unter Stromlücken müssen so oder so auf andere Weise behoben werden, eben aufgrund der Hochrisikotechnik Atomkraft. Was wir allerdings sehen von FDP, CDU, CSU, ist ein erneuter Versuch, Versorgungssicherheit durch Atomkraft gegen die Energiewende in Stellung zu bringen. Von erneuerbaren Energien ist überhaupt keine Rede mehr, obwohl Lindner im Februar noch von der Freiheitsenergie Erneuerbare geredet hat. Aktuell ist dies vor allem eben Debatte völlig verengt auf Fossil und Atomkraft. Die ganze politische Energie wäre sehr viel sinnvoller, wenn man wirklich auf zielführende Maßnahmen abzielen würde. Und da ist eben diese Debatte allein schon ziemlich schädlich. Ich werde im Folgenden zuerst eingehen auf dieses Argument der Versorgungssicherheit und die langjährige Geschichte davon in Bezug auf Atomkraft und die Energiewende. Danach kurz darlegen, warum Atomkraft gefährlich ist und schädlich fürs Klima, bevor ich danach im dritten und vierten Teil auf die aktuellen Situationen eingehe. Erstens die Unsicherheit der AKW in Deutschland und zweitens dann zuletzt die Ergebnisse des Stresstests. Genau. Gibt es soweit Fragen? Gerne ein Sternchen in den Chat. Es scheint nicht, doch es gibt eine Frage. Erstens Atomkraft, Energiewende und das Argument der Versorgungssicherheit. Ihr werdet es wissen, Energiewende, das Wort allein, stammt aus der Antiatombewegung Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran, eine Studie des Öko-Instituts von 1980. Und das ist der Erfolg der Antiatombewegung, dass wir heute erneuerbare Energien haben, weltweit auf dem Vormarsch sind mit Erneuerbaren und dass es überhaupt möglich ist, dass man sich so etwas vorstellen kann. Damals war es komplett unvorstellbar und das wurde wahnsinnig bekämpft. Die Leute wurden ausgelacht. Viele von euch werden es besser wissen als ich. Dann gab es die Antiatombewegung in Deutschland. 2020 waren sechs von ehemals 36 AKW noch am Netz. Die letzten, vorletzten drei wurden letztes Jahr, letztes Silvester abgeschaltet. Und jetzt sind eben noch drei am Netz, ISA 2, Neckar-Westheim und Lingen-Emsland. Ich hatte eben gesagt, es gibt die aktuelle Pro-Atom-Kampagne, aber es gibt schon länger diese Pro-Atom-Kampagne, die jetzt eben nur einen neuen Höhepunkt erreicht hat seit dem Ukraine-Krieg. Spiegel, Titel, Seite 2019, Atomkraft, ja bitte, rettet uns die Kernkraft von dem Klimakollaps. Es ist also praktisch jetzt, kurz vor dem Ausstieg, wie es vorausgesagt wurde, gab es die Versuche, diesen Atomausstieg noch mal zu kippen mit zwei Argumenten. Einmal dem Argument der Klimakrise und alles andere mit dem Argument der Versorgungssicherheit. Beides gerichtet gegen die Erneuerbaren. Hintergrund immer, ja, die Erneuerbaren, die schaffen, das schafft man doch sowieso nicht, deswegen brauchen wir die Atomkraft teilweise, auch explizit geschrieben in den verschiedenen Beiträgen. Und das sind Argumente, die eben schon lange bekannt sind. Ich hatte gerade vorhin gesagt, 2008 gab es eine Kampagne gegen den ersten Atomausstieg, damals eine Kampagne des Deutschen Atomforums, Lobbyverein, Klimaschützer der Woche, Kernkraftwerk. Und kurz darauf, 2010, 11, glaube ich, war das, ist dann so ein Kommunikationskonzept, geheimnis Lobbypapier ans Licht gekommen. Das sollte geheim bleiben. Es war der Plan, wie man die Stimmung in Deutschland gegen die Atomkraft wieder kippen könnte, in Richtung Pro-Atomkraft. Und da stehen jede Menge Maßnahmen drin und vor allen Dingen steht aber auch drin, wie das passieren sollte. Und zwar, indem die beiden Bereiche Klimaschutz und Versorgungssicherheit und Endlager besetzt werden. Dies geschieht durch eine leise Kommunikationskampagne, viel Aufklärungsarbeit mit den Medien, diskrete PR, laute Public Relations mobilisiert hingegen die Gegner unnötig. Und das ist genau das, was man heute wieder sieht. Also wieder wird Klimaschutz und Versorgungssicherheit da in den Vordergrund geschickt. Aktuell mehr Versorgungssicherheit. Und während in Deutschland aktuell nicht mehr so viel verdeckt passiert, würde ich sagen, ist es doch immer noch der Fall, also wenn beispielsweise aktuell wieder der Vorsitzende des Kerntechnik-Deutschland-Verbandes sich zu Wort meldet, ohne offenzulegen, dass er eben der Geschäftsführer einer Firma ist, die zu russischen Russatom-Konzernen gehört, die Situation in Deutschland. International ist es immer noch genauso die Situation, dass es Kampagnen gibt, wo eben versucht wird, die mit verdeckten Mitteln zu operieren, ohne dass klar wird, wer dahinter steckt. Und in diesem Thema, in diesem Kommunikationskonzept stehen dann auch verschiedene Zielgruppen drin. Und eine Zielgruppe ist eben auch explizit benannt, die junge Generation der Nicht-Gorleben-Sozialisierten. Zielverankerung tragender Argumentationslinien in den klimabewegten, aber weniger kernenergiefokussierten Nutzergruppen. Und das ist eben etwas, was wir heute wieder beobachten, dass viele dieser Maßnahmen darauf abzielen, so zwischen Klimabewegung und Atombewegung zu spalten. Dass versucht wird, da so Technikunsicherheit zu streuen. Und deswegen freue ich mich eben sehr, dass es am Klimastreik nächste Woche Freitag eben diesen Anti-Atomblock auch gibt in München, wo eben in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks Gieser ist. Ja, das Versorgungssicherheitsargument ist aber noch viel länger bekannt und wird von viel länger gestreut. Hier ein Zitat von 1975 aus Wiel. Ich spiele es einmal ab. Ohne das Kernkraftwerk Wiel werden zum Ende des Jahrzehnts in Baden-Württemberg die ersten Lichter ausgeben. Das war 1975. Wiel am Kaiserstuhl sollte ein Atomkraftwerk gebaut werden. Konnte verhindert werden. Das war die Geburtsstunde der Anti-Atombewegung in Deutschland durch monatelange, jahrelange Bauplatzbesetzungen. Und man sieht, die Lichter sind in Baden-Württemberg nicht ausgegangen und sie werden auch aktuell nicht ausgehen. Auch nicht, wenn die Atomkraftwerke wie geplant abgeschaltet werden. Diese ganzen Pro-Atom-Argumentationen bestehen aus einer zweifachen Ausblendung. Atomkraft wird viel stärker gemacht, als sie eigentlich ist. Hingegen werden die Erneuerbaren viel schwächer gemacht, als sie eigentlich ist. Dazu im Zitat von Angela Merkel von 1994, damals frischgebackene Umweltministerin. Sie hat damals eine Aussage getätigt in einem Interview. Diese Aussage ist eins zu eins aus einem Werbeplakat der Atomkraftbetreiber in Deutschland entnommen. Sie sagt, Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als vier Prozent unseres Strombedarfs decken. 2021 sind es 46 Prozent gewesen. Also wenn man insgesamt da drauf guckt, sieht man, die Pro-Atom-Stimmung wird und wurde erzeugt durch Lobby-Kampagnen internationaler Art, durch eine lange Geschichte, auch bis heute noch. Ich habe es vorhin gesagt, im Ausland, letztes Jahr 2021 gab es so eine Kampagne Pro-Atomkraft, auch anlässlich des Klimagipfels und Glasgow. Und wenn man da genauer nachgeguckt hat, sieht man, dass vorher halt gesponsert von Atomfirmen, wie beispielsweise EDF und Urenko aus Frankreich. Hinzu kommen aber auch politische Überzeugungen, parteipolitisches Kalkül. Das sieht man im Moment in Deutschland mit diesem CDU, CSU, FDP-Kampagne. Und das passt ganz gut zu den Studien, die sagen nämlich, dass Konservative den Fakt des Klimawandels nur dann akzeptieren können, wenn sie gleichzeitig eine technische Lösung haben, die eben es ermöglicht, dass man nichts verändern muss. Und daran sehen sie die Atomkraft. Wenn man sie fragt, gibt es den Klimawandel und gleichzeitig sagt, Atomkraft könnte eine Lösung sein, dann sagen sie ja, es könnte den Klimawandel geben, ansonsten sehr viel weniger. Und schließlich sehen wir auch aktuell wieder die Ängste in der Bevölkerung, die natürlich auch auf diesen langjährigen Kampagnen und politischen Überzeugungen beruhen. Die Realität sieht allerdings anders aus. Atomkraft trägt eben nicht zu einer Versorgungssicherheit bei. Das sieht man nirgends besser als in Frankreich. Dort sind aktuell noch 28 der 63 Atomkraftwerke am Netz. 46 Prozent der Kapazität ist verfügbar. Und das ist eben ein Grund, warum es auch aktuell so viel Unsicherheit gibt, so hohe Strompreise. Und das ist auch, dort sieht man auch sehr deutlich, dass eben Atomkraft nicht vor Blackout schützt, sondern im Gegenteil diese herbeiführt. Genau, zweiter Block. Atomkraft gefährlich und schädlich fürs Klima. Hier ist so stilisiert dargestellt die Wertschöpfungskette der Atomkraft vom Uranabbau über Brennelemente, Herstellung, über Betrieb und Bau von Atomkraftwerken, über den Abriss der Atomkraftwerke, über den Atommüll, Zwischenlagerung, Endlagerung. Das Ganze hängt zusammen mit Atomwaffen. Es gab auch immer wieder die Versuche, Atommüll irgendwie wieder aufzuarbeiten, was letztendlich nur zu einer Vergrößerung der radioaktiven Emissionen geführt hat. Und niemand nutzt diese angeblich aufgearbeiteten Sachen im Prinzip. Eigentlich ging es vor allen Dingen um die Herstellung von Plutonium. Und was ich sagen will, verdeutlichen will, auch gleich mit den nächsten Folien ist, während dieser gesamten Prozesskette, überall in diesen Schritten gibt es radioaktive Emissionen. Während des Uranbergbaus, während der Brennelementeherstellung, im Betrieb beim AKW-Abriss und natürlich letztlich auch beim Atommüll. Um da mal ein paar Schlaglichter drauf zu werfen. Uranabbau, Uranminen, das wird vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens hergestellt. In Kasachstan, gut in Australien, dort auf Gebieten von Indigenen. In Usbekistan, in Kanada auch wieder in Indigenen-Gebieten. Und überall dort gibt es Erkrankungen, dort gibt es radioaktive Versäuchung. Und das Ganze ist ziemlich neokolonial, indem eben die Länder des globalen Nordens davon profitieren. Oder während es eben diese Abhängigkeiten, diese Ausnutzung der schwächsten Bevölkerungsgruppen, eben vor allen Dingen der Indigenen, dann gibt. An weiteren Stellen, während des Betriebs, das Bundesamt für Strahlenschutz schreibt, es zeigt sich, dass im Nahbereich um deutsche Kernkraftwerke bei Kindern unter fünf Jahren ein signifikant erhöhtes Risiko besteht, an Krebs zu erkranken. Die sogenannte Kinderkrebsstudie. Rückbau der Atomkraftwerke, noch ist nirgendwo auf der Welt ein großes Atomkraftwerk, wirklich zurückgebaut. Hier an das Beispiel des Atomkraftwerks Stade, dauert sehr viel länger, sehr viel teurer. Und vor allen Dingen habe ich das Beispiel gebracht, weil erst während des Abbaus dann festgestellt wurde, dass der radioaktive Primärkreislauf geleckt hat, dass also der Betonsorkel radioaktiv verseucht war. Das sind alles Probleme, die es halt gibt. Der Abbau dauert meistens länger als der Bau oder auch der Betrieb des Atomkraftwerks. Unten sieht man ein Bild, Fässer im Atommüllager Asse 2, damals als Versuchsklabor in den 70er Jahren gestartet. Später hat man festgestellt, schon jetzt tritt dort Wasser ein. Es besteht die Gefahr, dass eben dieses radioaktive Wasser in die Oberfläche kommt. Jetzt versucht man, den Atommüll dort wieder herauszuholen, weiß nicht so richtig, wie es gehen soll. Und dann sieht man eben, überall in der gesamten Prozesskette gibt es radioaktive Emissionen. Selbst wenn man die Unfälle noch gar nicht mitzählt. Atomunfälle, nur kurz Tschernobyl, im 26. April 86, Fukushima, 11. März 2011. Und was ich wichtig finde, diese Unfälle, die dauern noch an. Sowohl in Tschernobyl, dort gab es vor kurzem erst die neuen Schlagzeilen. Russische Soldaten waren im radioaktiven Wald und sind wahrscheinlich vermutlich verstrahlt worden. Noch heute muss man in Süddeutschland jedes Wildschwein auf Radioaktivität überprüfen, wegen der Strahlung, die damals aus Tschernobyl in Bayern abgeregnet hat. Und auch in Fukushima ist der Atomunfall, die Katastrophe, noch lange nicht vorbei. Noch immer ist der geschmolzene Reaktorkern unzugänglich. Noch immer liegen dort in Fukushima zahlreiche Säcke mit abgetragener Erde, wo man versucht hat, die Oberfläche zu dekontaminieren. Und auch dort sieht man, die Schwächsten sind diejenigen, die es sich nicht leisten können, wegzuziehen. Und das sind diejenigen, die am meisten davon belastet sind, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben. Atomkraft ist teuer und schädlich für das Klima. Atomkraft ist die teuerste Technologie und die einzige mit steigenden Kosten. Und wir müssen eben aufgrund der Notwendigkeit, aufgrund der Dringlichkeit der Klimakrise so schnell und so günstig wie möglich in die Erneuerbaren gehen. Jede Atomeuro behindert deshalb den Ausbau der Erneuerbaren. Das ist die finanzielle Perspektive. Auch technisch behindert die Atomkraft erneuerbarer Energien. Atomkraft ist auf Dauerbetrieb ausgelegt, nicht kompatibel mit den flexiblen erneuerbaren Energiequellen. Das heißt, es wird meistens so auf Volllast, auf einer Betriebsstufe durchgezogen. Das ist auch der Grund, warum aktuell Atomkraft so wenig beitragen kann zur aktuellen Energiekrise, weil es eben vor allen Dingen flexible Ergänzungsoptionen braucht. Unsicherheit der AKW in Deutschland. Keinen Tag länger. Ich habe es vorhin schon gesagt, egal was passiert, es ist keine Lösung, Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Auch das würde ich wieder mit Angela Merkel begründen, diesmal als positives Zitat. Sie hat nämlich dann 2011 nach Fukushima den erneuten Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen und hat dazu eine ganz aufschlussreiche Regierungserklärung abgegeben. Ich lese ein bisschen vor. Sie sagt, das Restrisiko der Kernenergie kann nur der akzeptieren, der überzeugt ist, dass es nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Wenn es aber eintritt, so sind die Folgen sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Dimension so verheerend und so weitreichend, dass sie die Risiken aller anderen Energieträger bei weitem übertreffen. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichen Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten. Und, so der Subtext, so geht es weiter, es könnte auch in Deutschland eintreten, denn Japan, Hochtechnologieland, also mit hohen Sicherheitsstandards, man darf nicht darauf vertrauen, dass alle anderen Länder so unterschiedlich sind als Deutschland, so speziell sind wir nicht. Und es gibt auch Gründe, an denen man das auch nachweisen kann, dass eben die deutschen Atomkraftwerke alles andere als sicher sind. Rechtsnormen, das Bundesverfassungsgericht verpflichtet zur bestmöglichen Gefahrenabwehr und Risikovorsorge. Im Atomgesetz steht, dass eben diese Risikovorsorge sich an dem Stand von Wissenschaft und Technik orientieren muss. Und man muss dafür sorgen, dass entsprechend dem fortschreitenden Stand von Wissenschaft und Technik die Sicherheitsvorkehrungen verwirklicht werden. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was ist der tatsächliche Fall bei den Atomkraftwerken in Deutschland? Die drei noch laufenden Atomkraftwerke, Isarlingen, Neckarwestheim, wurden in den 70er Jahren geplant. 82 wurden sie begonnen zu bauen, in den Betrieb genommen dann 88 bis 89. Also sie sind Oldtimer, sie haben den entsprechenden Verschleiß, sie haben die entsprechenden technischen Einrüstungen von damals. Also das ist alles andere als der Stand von Wissenschaft und Technik. Es gibt dann diese periodischen Sicherheitsüberprüfungen, die alle zehn Jahre nochmal über die jährlichen Prüfungen hinausgehen. Da wurde die letzte 2009 durchgeführt, gemäß den Regeln der 1980er Jahre, also noch vor Fukushima und ohne all das, was man seitdem auch herausgefunden hat, an Altersverschleiß in Deutschland. Ebenso wurde seit dem Ausstiegsbeschluss, seit dem erneuten Ausstiegsbeschluss auch nicht mehr nachgerüstet, weil die Betreiber haben ja gesagt, wir schalten sowieso ab. Das war auch eine Voraussetzung, ein Kriterium dafür, dass sie das so akzeptiert haben. Also in allen Punkten sieht man, Stand von Wissenschaft und Technik ist nicht gegeben. Allein deswegen dürfen sie nicht länger betrieben werden. Hinzu kommen dann aktuelle Gründe. Ich hatte es gerade schon gesagt, es gibt zusätzlich zu diesen zehnjährigen Sicherheitsüberprüfungen auch jährliche Überprüfungen, Revisionen. Da war die letzte bei ISA im Oktober 2021. Das heißt, wenn Ende 2022 der ISA vom Netz geht, war der Betrieb bereits drei Monate länger als normal. Normal ist elf Monate laufen lassen, einen Monat Revision überprüfen, neue Brennelemente etc. November, Dezember 2021 bis Dezember 2022 sind dann bereits 14 Monate. Und dann soll noch länger betrieben werden. Das ist doch vollkommen absurd. Um noch mal konkret zu werden, in allen drei AKW gibt es Rissverdacht. Im AKW Neckarwestern wurden in den letzten fünf Jahren mehr als 350 Risse gefunden an den Rohren der Dampferzeuger. Das sind dann so mikroskopische Risse, Wanddickenschwächungen, wo dann jeweils als Reaktion das entsprechende Rohr verstopft wurde und gesagt wurde, ja, aber bevor das Rohr abreißt, dann merkt man das doch. Dann merkt man, dass da Lecks sind. Dann kann man doch noch rechtzeitig reagieren. Und wir konnten eben nachweisen, nein, dieser sogenannte Leckverbruchnachweis, der ist nicht möglich. Im zweiten Fall würde dann so ein Rohr auch abreißen. Und wir fordern deswegen seit langem, dass das AKW Neckarwestern sofort stillgelegt wird. Auch in Lingen, baugleich, gab es Rissfunde 2019, 2020, danach nur unzureichende Prüfungen. Und in ISA 2 ebenfalls baugleich, wird eben überhaupt nicht geprüft, weil die Betreiber sagen, nee, bei uns wird das schon nicht auftreten. Also auch hier, es gibt genügend Gründe, um zu sagen, die Atomkraftwerke müssen sofort vom Netz. Ja, genau. Die Ergebnisse des Stresstests, Atomkraft ist irrelevant. Was ist in diesem Stresstest passiert? Das ist basierend auf Studien, die die Netzbetreiber regelmäßig durchführen. Der Stresstest war dementsprechend der dritte für den Winter 2022-23. Und das sind zwei Teile. Das ist einmal die sogenannte Lastanalyse, ist also genügend Strom vorhanden, um den Energiebedarf in Deutschland und dann auch in Europa zu decken. Und die zweite Frage ist die Netzanalyse. Kommt der Strom dann auch dorthin, wo er hin soll? Also stimmen Erzeugung und dann Netzkapazität und dann auf der anderen Seite Verbrauch bzw. Export überein. Es wurden dann drei Szenarien gerechnet mit jeweils schärferen Annahmen. Szenario Plus, Szenario Plus Plus und Szenario Plus Plus Plus. Und in diesem mit sehr extremen, aber eben noch zu verschärfenden Szenario Plus Plus wurde eben zusätzlich der Weiterbetrieb der AKW modelliert einmal. Annahmen waren dann beispielsweise die Ausfall der Atomkraftwerke in Frankreich bleibt weiterhin so stark, anders als die französische Regierung es anstrebt. Dann die Annahme, es regnet nicht mehr. Also der Wasserstand bleibt weiter so niedrig. Wasserkraftwerke können nicht betrieben werden und die Kohle kommt weiterhin nicht zu den Steinkohlereservekraftwerken. Das ist die zweite Annahme. Dritte Annahme war Gas ist weiter knapp und sehr viel knapper als es durch diesen Lieferstoff aus Russland bedingt wäre. Also dass es zu weiteren Knappheiten kommt. Und der vierte Punkt wäre eben dann, es kommt zu einem Betrieb von Heizlüftern gegen der Stromkosten, obwohl Stromkosten weiterhin teurer sind als der Betrieb von Gasheizungen. Und diese Heizlüfter würden eben zu einem Mehrverbrauch dann führen. Was nicht einbezogen wurde in diesen Stresstest war Stromsparen und Verbrauchsreduktion. Auch wenn man annimmt, dass es Heizlüfter gibt, kann man ja sagen, okay, es kommt an anderen Stellen zum Einsparen. Und vor allen Dingen wurde nicht berücksichtigt, dass vor allen Dingen große Verbraucher ihren Stromverbrauch reduzieren, wenn die Preise steigen. Also, dass beispielsweise dann eine Stunde später der Hochofen hochgeheizt wird oder eben der Verbrauch reduziert wird und nur die Temperatur auf gleicher Ebene gehalten wird, wenn die Preise zu hoch sind. Ebenso wurden nicht alle Kraftwerke berücksichtigt, insbesondere Kraft-Wärme-Kopplungskraftwerke und Industriekraftwerke. Und der bereits stattfindende Netzausbau ist auch noch nicht drin in diesem Stresstest. Und wenn man jetzt sich so anschaut, das sind nochmal die Eingangsparameter der verschiedenen Szenarien. Und wenn man sich dann anschaut, was die Ergebnisse sind, dann sieht man, dass die Stromsicherheit, die Versorgungssicherheit in Deutschland sehr hoch ist. Also, in diesem Szenario Plus, wo also verschiedene Parameter kombiniert sind, die schon sehr außergewöhnlich sind, aber eben noch realistisch, dann gibt es in Deutschland überhaupt keine Lastunterdeckung. Wenn man diese beiden noch stärkeren Szenarien nimmt, Plus, Plus und Plus, 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 dann kommt es in Deutschland nur zu stundenweisen Lastunterdeckungen, obwohl dies erstens sehr starke, sehr außergewöhnliche Parameter sind. Auch das Wetterjahr, was da zugrunde gelegt wurde, 2012, war ein äußerst kaltes Jahr, mit einer längeren Periode, wo weder die Sonne geschienen hat, noch der Wind geweht hat. Und trotz dieser relativ starken Annahmen kam es eben dann nur zu einer stundenweisen Lastunterdeckung, obwohl die aber die Verbrauchsreduktion eben noch nicht berücksichtigt, die stattfinden wird. Wenn man jetzt sich anguckt, was wäre, wenn man dann in dieser Situation die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen würde, dann sieht man, der Weiterbetrieb würde die Mangelsituation in Deutschland und im Ausland nur um eine Stunde reduzieren, also würde von ein bis zwei Stunden auf null bis eine Stunde reduzieren. Dazu gerechnet, dass der Verbrauch sich reduzieren wird in einer solchen Situation, Atomkraftwerke sind dort nicht relevant. In den Medien wiedergegeben wurde aber vor allem die andere Situation, die Analyse der Netzversorgungssicherheit. Und da kam es, glaube ich, zu einem Missverständnis, was eben nicht verständlich war für die viele Medien. Grundsätzlich ist es so, in Deutschland ist im Norden am meisten Erzeugung und im Süden relativ viel Verbrauch. Dazwischen kommt es dann zu so Netzknappheiten und dann kommt es so zu sogenannten Redispatch-Einsätzen, dass also im Norden die Erzeugung reduziert wird, künstlich heruntergefallen wird und im Süden zusätzliche Kraftwerke angeworfen werden, damit die gleiche Menge Energie, die im Norden weniger produziert wird, im Süden dann mehr produziert. Um da die Börse nicht zu stören, sind es dann Extrakraftwerke, die im normalen Betrieb gar keine Rolle spielen. Das ist dieser sogenannte Redispatch. Und jetzt guckt man sich mal an, wann kommt es denn zu diesem großen Ungleichgewichten zwischen Erzeugung und Verbrauch und Export. Das ist die sogenannte Stark-Wind-Stark-Last-Situation. Also dann, wenn im Norden viel Wind weht, dann ist der Strom billig, dann kommt es dazu, dass die anderen Länder sehr viel Strom aus Deutschland kaufen, der exportiert werden soll, der aber nicht exportiert werden kann, weil die Netze nicht ausreichen. Das Problem ist also, man hat die Strombörse, man hat den Strommarkt, der aber die realen Kapazitäten gar nicht berücksichtigt. Der Markt will in dieser Situation also den Strom exportieren. Real geht es nicht. Und dann kommt man zu diesem Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch, Export, der dann eben in den Medien wiedergegeben wurde als, aber wir haben viel zu wenig Strom. Nein, wir haben nicht viel zu wenig Strom, wir haben genügend Strom. Er kann halt nur nicht exportiert werden, weil die Netze physikalisch nicht ausreichen. Was wäre dann, wenn man hier zusätzlich die Atomkraftwerke laufen lässt? Dann sieht man, der Weiterbetrieb reduziert dieses Ungleichgewicht, diesen Redispatch-Bedarf von 5,1 Gigawatt auf 4,6 Gigawatt, also nur um 0,5 Gigawatt weniger Ungleichgewicht durch einen Weiterbetrieb der Atomkraftwerke im Süden. Das ist auch nicht verwunderlich, weil das eigentliche Problem sind ja die Exportkapazitäten und das Marktdesign, da helfen auch die Atomkraftwerke nicht. Im Gegenteil, sie würden eher dazu beitragen, dass noch mehr Überangebot an Strom im Markt ist, dass der Strom noch billiger wird und dass deswegen noch mehr exportiert werden soll, was gar nicht exportiert werden kann. Zwei Worte noch zum Gasverbrauch und zu den Sturmpreisen. Der Gasverbrauch wurde auch mit berücksichtigt, mit analysiert in diesen Stresstests. In diesem Szenario Plus Plus würde der Weiterbetrieb der AKW nur 0,09 Prozent, also weniger als ein Promille des deutschen Gasverbrauchs sparen. Das ist also irrelevant. Dementsprechend ist auch der Effekt eines Weiterbetriebs auf die Strompreise irrelevant, weil die Gaskraftwerke weiterhin preisbestimmend sind und nur nur sehr, sehr wenig Gaskraftwerke weniger in Betrieb sind, wenn man die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen würde. Vorhin wurde es schon angesprochen. Gestern gab es ja diese Studie, kam sogar in der Tagesschau, oder zumindest auf tagesschau.de, vier Prozent weniger Strompreis durch Laufzeitverlängerung. Diese Studie hat angenommen, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen bis 2030, dass sie durchlaufen auf Volllast. Und das ist nicht realistisch, das ist nicht möglich, weil eben es überhaupt keine Brennelemente gibt, die es ermöglichen würden, dass nächstes Jahr, dass im kompletten Jahr über die Atomkraftwerke laufen. Was sind tatsächlich zielführende Maßnahmen gegen die Energiekrise? Den Stromverbrauch zu reduzieren, ist sehr zielführend und ist es notwendig, die Lastspitzen zu verschieben in diesen einzelnen Stunden, die ich vorhin gesagt habe. Es gab bis zum Sommer auch ein Gesetz dafür, die sogenannte Abwerfbare Lastenverordnung. Es waren vertragliche Regelungen mit Großverbrauchern, die dann gesagt haben, okay, wenn es zu wenig Strom gibt, dann könnte man unseren Verbrauch reduzieren. Das waren etwa drei Gigawatt, die damals schon gesetzlich verankert waren. Das ist also auch mehr, als in diesem Plus-Plus-Szenario überhaupt ein Mangel aufgetreten ist. Das wird also die Situation schon entschärfen und das muss natürlich ausgebaut werden und auch wieder gesetzlich verankert. Zusätzlich sagen die Stromnetzbetreiber auch eine Reihe von weiteren Maßnahmen. Stromleitungen besser ausnutzen, also beispielsweise berücksichtigen, dass im Winter das Wetter meistens kalt ist, dass deswegen mehr Strom durch die Leitungen fließen darf. Das ist im Moment noch gesetzlich regulatorisch nicht möglich und die bisher unberücksichtigten Industriekraftwerke und kleinen Kraftwerke zur Stromnetzstabilisierung mitnutzen und natürlich einbeziehen, dass die physikalischen Exportmöglichkeiten geringer sind als das, was der Strommarkt annimmt. Da hätte eigentlich die alte Bundesregierung dies in der Europäischen Union schon anmelden müssen, dass das nicht geschehen. Und das fällt uns jetzt auf die Füße und das hat natürlich was mit der grundsätzlichen Strommarktsituation in ganz Europa zu tun. Ich komme zum Fazit. Atomkraft ist gefährlich und irrelevant. So würde ein Weiterbetrieb Sicherheitsanförderung ignorieren und Recht brechen. Die Analyse vom Stresstest zeigt aber, Deutschland hat genügend Strom. Problem ist scheinbar der Export, der ist aber sowieso physikalisch begrenzt. Für ein Weiterbetrieb ist für die Stromversorgung irrelevant. Was also tun? Nicht spalten lassen, eigene Geschichte kennen und die Erfolge sozialer Bewegungen verteidigen. Es ist wichtig, dass wir uns solche Ausstiegsdaten nicht nehmen lassen. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, aber man muss ja weiter betreiben bei Versorgungssicherheit, dann wird das mit allen anderen Technologien auch passieren. Egal, sei es Kohle, Auto, Gas. Wir müssen so schnell wie möglich runter aus allen Fossilen und der Atomenergie, allein schon wie in der Klimakrise. Was weiter tun? Aufklären, weiter erzählen. Erzählt weiter, was ich hier erzählt habe. Wie gesagt, das Video wird auch online stehen. Und sich gegen den Weiterbetrieb positionieren. Atomkraft teilen keinen Tag länger. Beispielsweise beim Klimastreik nächste Woche Freitag oder eben mit einer Anti-Atom-Fahne. Auch geht aber sich zu Hause. Nochmal das Fazit. Weiterbetrieb ist in der aktuellen Krise irrelevant. Atomkraft ist überflüssig. Atomkraft ist gefährlich und darf keinen Tag länger betrieben werden. Die aktuelle Debatte setzt langjährige Versuche fort, Versorgungssicherheit durch Atomkraft gegen die Energiewende in Stellung zu bringen. Mehr Informationen oder auch Mitmachmöglichkeiten gibt es unter ausgestrahlt.de. Und ich bedanke mich und freue mich auf die Diskussion. Und ich bedanke mich. Ja, ich bedanke mich. Also, ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.